Sie möchten Ihre Produktionsanlage automatisieren oder Ihre bereits automatisierte Anlage flexibel an die Ansprüche einer Smart Factory anpassen? Sie sind auf der Suche nach einer effizienten und zukunftssicheren Lösung, die Ihnen maßgebliche Wettbewerbsvorteile verschafft und sich optimal an die spezifischen Anforderungen Ihrer Anlage anpasst? So vielfältig wie die Welt der Automation ist auch das skalierbare Produktportfolio von ProLight. Die modular aufgebauten Systemplattformen PlantIT und CrewMax bestehen aus variabel miteinander kombinierbaren Basissystemen, Modulen und Add-ons. Die einzelnen Basissysteme bauen technologisch aufeinander auf und bieten von der Betriebsdatenerfassung über das Prozessleitsystem bis hin zur MES-Lösung einen durchgängigen Datenaustausch mit intuitiver Bedienoberfläche. Mit dem Basissystem PlantAcquisit werden Prozess-, Betriebs-, Maschinen- und Energiedaten erfasst, verarbeitet, archiviert und für ein anlagenweites Informationsmanagement verfügbar gemacht. Optional erhältliche Add-ons erweitern PlantAcquisit bei Bedarf unter anderem um ein Energiemanagement- oder ein Line-Management-System. Auf der nächsthöheren Stufe bietet unsere Lösung PlantDirectIT ein offenes, parametrierbares Prozessleitsystem mit einem umfangreichen Satz an technischen und technologischen vorkonfigurierten Automatisierungsklassen sowie Schrittketten, mit denen sich Prozessabläufe übersichtlich parametrieren lassen. Eine besondere Funktionalität bietet das Add-on Visorekorder, das die Prozessaktivitäten des Leitsystems automatisch aufzeichnet und innerhalb der Bedienoberfläche wieder abspielt. Die Verwaltung rezepturgesteuerter Batch- oder Hybridprozesse wird durch die Systeme PlantBatchIT, PlantLiquid und unserer Branchenlösung für Brauereien Brumex ermöglicht. Zu ihren umfangreichen Funktionalitäten zählen unter anderem eine prozessorientierte Materialwirtschaft, die Verwaltung von Rezepten und Stücklisten, das Auftragsmanagement sowie die Chargenrückverfolgung. Im Hinblick auf die Themen Industrie 4.0, Big Data und Smart Factory ermöglicht Ihnen unser Manufacturing-Execution-System, die vielzähligen Vorteile der Digitalisierung zu nutzen. Mit PlantIntegrateIT lassen sich sämtliche Produktionsprozesse analysieren und Informationen aus den einzelnen Produktionsbereichen zentral zusammenführen. Auftrags-, Produkt-, Prozess- und Qualitätsinformationen können dank dieser Fertigungstransparenz zeitnah eingesehen und ausgewertet werden und dienen somit der ganzheitlichen Anlagenoptimierung. Ob einfache Automatisierung oder komplexe MES-Lösung, kompakte oder große Anlage, seit mehr als 30 Jahren bietet Prolight der Prozessindustrie weltweit und branchenübergreifend standardisierte Systemlösungen für eine nahtlose Integration mit größtmöglicher Flexibilität. Die hauseigene Abteilung für Forschung und Entwicklung stellt in diesem Zusammenhang die kontinuierliche Weiterentwicklung sowie die gleichbleibend hohe Qualität unserer Produktfamilie sicher. Ein eigenes Schulungszentrum, umfassende Supportleistungen und ein IPMA-zertifiziertes Projektmanagement runden das breitgefächerte, einzigartige Softwareangebot ab, das bereits heute in vielen renommierten Organisationen Automatisierungsstandard ist. Profitieren Sie von unserem Know-how und unseren Systemlösungen mit integrierten Branchenstandards für Ihre individuellen Automatisierungs- und MES-Anforderungen. Prolight